Ah, ich sollte doch noch näher sein, ich sollte noch näher... ...Hoe-Craften, glaub ich. War auch noch näher. Cooler, eigentlich näher. Mach was soll's. Ich hinterfrage es einfach besser nicht, es ist gesünder. Ah, da ist der Cooking-Table. Ah, da brauchen wir einen Kuppen. Ich kann keine Hau machen. Ja, weil du dafür Kuppe brauchst. Ach, das wusste ich nicht. Lesen, Jung. Ja, ich hab das eine gelesen und nicht das andere. Und ich hab jetzt hier... ...nebenbei, dass ich die Schusswaffe nur mit T ausrüsten kann, darauf komme ich nicht klar. Mit T? Ja, ich hab die auf dem L-Bereich und ich komm da nicht ran, außer wenn ich T drücke. Also, wie saß ich... Oder, Markus, wie kommt man an das L ran in der Mitte? Und das L? Äh, also ich nehm immer X... Der ist das zweite Direktslot. Hier neben dem Mana-Manipulator. Aber der ist bei mir noch gesperrt. Ich glaub, du kannst zweimal R drücken, ob das geht. Du kannst X drücken. Ach stimmt, wenn man zweimal R drückt? Okay, das macht's einfacher. Oder mit T kann ich eben hier so. Aber... Keine Ahnung, das sind Sachen, die man schon noch irgendwann versteht. Ach, was soll's? Haben wir nicht! Stimmt, okay, ist ja gut, ich bin ja schon ruhig. Muss man auch nicht. So, wollen wir mal Tiefen überkunden. Ja. Keine Ahnung. Das Hüpfen ist leicht träge, finde ich. Erstmal reinschießen. Ja. Haha. Äh, nicht so schnell. Äh, glaube ich soll's sich vielleicht mal aufheilen. Ich mein' ja nur. Oh, japp. Solltest du, Fleisch. Meins. Bremen. Hier unten geht's auf jeden Fall weiter. Hey, das ist ne Chest. Menno. Was ist denn hier drin? Das ist fair. Danke, Markus. Ich hab aber auch hier eine. Oh. Ja, das ist... Ja, ich merk das auch grad, dass man... ... solch gescheit macht. Du hast gescheitst bekommen. Ja. Ja. Moment. Wie kriegst du leer? Dann nimm die mit. Genau. Ja. So. Ähm... Da. Wurfspeer. Wurfspeer. Kannst du den dann wieder auch heben? Ja. Waren drei. Einen für Markus. Und da ist noch eine für Korbi, der grad fliegt. Nur Gäste. Wie ist denn jetzt? Ne. Hä? Wo ist eigentlich? Ich kann keiner aufheben. Okay. Ich glaub, das waren einmalige. Echt? Ja. Da unten ist was, was will ich haben. Oh, die sind gefährlich. Warum? Das sind so, äh... Special Dinger. Wenn du die aufmachst, kann was Gutes oder was Böses passieren. Das ist super. Woll ich gleich alleine lieber da unten hingehen. Nein, nein. Ich möchte mit. Ja, ich will auch mit. Äh... Komm erst mal hoch vielleicht wieder. Willst du auch mit, Korbi? Komm doch hoch. Nee, wir sind jetzt hier unten. Ach, Leute. Moment, ich will... Erst mal ne Waffe aus. So. Komm. Wir leuchten. Äh, wollen wir mitnehmen? Oder? Ne, wir sind nicht... Oh! Federleicht. Leicht. Nicht Licht, ja. Äh, hast du den mitgenommen? Ne, hast du nicht. Ne. Ich hab nur noch so'n, so'n Pod. Ja, ist egal. Der regeneriert sich ja, glaub ich. Äh, das weiß ich nicht. Ansonsten hab ich halt... Bisschen was Deko von dem Raumschiff. Wo seid ihr schon? Links. Wir waren doch eben noch in der Hölle, oder ist die schon zu Ende gewesen? Hier war schon zu Ende. Ah, okay. Ja, da war nicht viel. Es wird Nacht. Ah ja. Au. Rückpass laufen ist doch richtig langsam. Das ist voll realistisch. Das ist scheiße. Das hätten sie echt besser machen können. Mit dem, wer was abbaut, kriegt das auch. Ich wollt nur den Fischterschlag. Ich find's aber cool, dass die Sounds unter Wasser gedämpft sind. Ja. Hui. Und es ist auch richtig cool, dass ich so ne... keine Einhandwaffe hab. Äh. Äh. No. Besser. Boah, Taschenlampe. Dieses Hüpfen ist so geil. Ja. Die Lags sind nicht so geil, aber... Ah, da unten. Ja. Ja. Dann ist wieder irgendwas. Äh, ja. Mane, Mane, Mane. Guter Schuss. Hm, ich kann Fischstäbchen machen. Das ist schön. Mane, Mane. Noch mehr Pflanzenfasern. Ja. Muss an Luft. Gute Heiden. So. Ah, ich kann schwimmen. Ja. Ah, nee. Das kann jeder. Ich glaub, damals ging das noch nicht. Ist du, wenn's nicht geht. Ich glaube, wir sind ein gutes Team. Mhm. Ich bin aber komischerweise der Pflanzenfanatiker und sammle alle Pflanzen auf. Ja, ist doch okay. Du bist irgendwie im Krieg mit den Floralis-Völkern da. Ja, die Vögel und die Pflanzen, die mögen sich nicht. Das mal, wenn ich was eins haben will, in der Hölle. Nope. Mir war keiner, wenn er die Pflanzenfasern mitnimmt, ey. Wofür auch? Bei Narben haben wir genug. Ey. Ich hab zwei. Ah, hier ist schon was Großes zu sein. Was? Nope. Was hier? Du, Sau. Ah, da bist du schon wieder hergekommen. Schon wieder? Zum ersten Mal bin ich jetzt hier. Ja, aber zu mir in die Nähe, wenn ich was aufsammeln wollte. So. Sorry. Ich hab mir die ganze Steuerung eh noch nicht klar. Ah, hier auch noch nicht. Juh, Moment, ist so das. Weil ich glaub, da unten geht's noch weiter. Ah, egal. Nimm. Doch nicht. Weile nicht. Wollen wir ein bisschen runtergraben, oder nicht? Ja. Ich schade, weil woanders grabt ihr mal da unten. Okay, ich mein, ich hätte hier unten grad was kurz gesehen. Huch, falsch rechte. Nee, hier ist bloß Wasser. Da ist bloß Wasser. Okay. Ah, okay, man kann ja hier auch ein bisschen was rumleuchten. Range. Hm. Taschenlampe. Nee, nee, nicht Taschenlampe. Hier das Abbaugerät. Das leuchtet ja so grün. Äh, grün. Genau, blau. Fabelett. Stimmt. Ah, das schaut sehr schlecht aus. Also ich seh nichts, nee. Naja, ist um was anders zu sehen. Ja, gehen wir mal was anders denn. Ehh. Sorry. Macht nix. Mittlerweile gewinn ich mich dran. Ja, ich bin ja richtig. Dimpley und so. Herrgott, die Steuerung. Ach, das hat Spaß gemacht. Ist das, das Tiereschlachten macht Spaß. Au, eine Torchhand so. Äh, andersrum. Meine Waffe ist echt schwach, muss ich sagen. Deine? Nee, deine. Ich weiß. Du ballerst da ewig rum und ich mach zwei Schwertiefe. Ja, meine Nahkampf, meine Nahkampfwaffe ist auch geil. Moment, darf ich mal mit meiner Rifle gleich was testen? Oh, weg ist er. Ich hab ja noch eine Rifle. Oh mein Gott. Wurde es gekillt. Ja, ich hab überhaupt nicht drauf geachtet. Hi. Ah, nee. Ah, nee, jetzt bin ich auf meinem Planeten. Jetzt noch nichts weiter. Ja, dann musst du erst wieder zu mir kommen. Ich will kurz die Rifle testen. Ich glaube, es ist auch einfacher, wenn du gleich rechts rumläufst. Ich meine, wir wären ja zu sehen vom Kompass her. Moment. Ist schlauer, rechts zu gehen. Ja, umso besser. In der Rifle ist noch nichts getroffen, ey. Kann ich schön einsammeln. Wie öffnen wir die ganzen Teile eigentlich? Ja, ich meine, entweder abbauen oder drauf schlagen. Ah. Huch. Hatten ich noch erwischt? Die haben mich jetzt noch erwischt. Toll. Ja, da muss man echt zackrisch aufpassen. Ja. Wenn wir kurz weiter machen, dann bin ich auch bei ihr gleich. Ja, geh dann einfach rechts. Ich kill hier eh nach der Läson. Ja. Fleisch. Wir brauchen dringend bessere Waffen. Ja, wir brauchen eine gescheite Höhle. Ja. Das ist, was wir brauchen. Schlimm ist, dass es in der Nacht einfach echt stockenluster ist. Hm. Ich habe noch so ein Spray-Ding da gefunden. Ein Spray-Ding? Ja, diese... komischen Kapseln, die man anklicken kann, dann Effekte gibt. Okay, wie hier denn? Warte mal kurz, bis ich da bin. Hol der Pause ab. Dann kannst du mitnehmen. Hi. Hi. Oh. Spray. Was? Ah, okay. Ja, soll mir recht sein. Wir schweben. Aber... Ach so. Vom Boden ausgehend. Wir können jetzt nicht mehr auf den Boden. Was jetzt nicht das Schlechteste ist? Gut, nehmen wir jetzt schon mal hier. Ne, muss hier durch. Aus irgendeinem Grund hat sich gerade das Spiel geschlossen. Ah, okay. Bin gerade einfach so aus dem Spiel raus. Punkt. Fertig. Ende. Das ist schön. Oh, ich kann auch nicht mehr springen. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich launche das für ein 32er-Mode. Hey, schön, dass da was Schönes ist, aber ich bin ganz woanders. Ich bin immer noch da, wo ihr beide gestorben seid. Geil. 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 Brayden. Huch, weg ist er. Mein Spiel hat sich geschlossen. Deins auch? Ja. Ich starb mal lieber als Normale und nicht als Experimentale. Hab ich genauso gemacht gerade. Ich hab auch das Ex-Momente nicht laufen. Äh, das könnte unangenehm werden. Erstmal schlafen. Stimmt, schlafen kann man da ja auch. Hm. Äh. Meine Impulse funktionieren nicht. Ich kann nur rumstehen. Ah, jetzt geht's. Ich hab's gelacht. Ich hab's gelacht. Ich hab's gelacht. Ich hab's gelacht. Äh. Andersrum eigentlich, aber... Ja, das dauert bei dir so lange. Wie schläft man? Ich weiß nicht, wo es ist, dass ihr schon im Game seid. Müsst ihr mir sagen, das wird hier angezeigt. Das würde dem Server angezeigt werden, aber... Äh. So, Gabi, ist du auch schon wieder da? Ja. Ja. Okay. Dann zu dem hier. Hi. Und auf den Planeten. Achso, jetzt ist er bald auf meinem Schiffen wieder, ne? Naja. Aber jetzt hab ich schon wieder meinen Bogen geworfen. Warum tust du sowas? Ja, weil ich eins drücken will und aber auf Q kommen. Also, Hochfallschaden. Wow. Ja, den gibt's hier. Äh, lame. Das. Ja, ah. Irgendein Schild irgendwo her. Holz abbauen. Ein Schild. Tragbares Schild oder so'n Zeichen Schild? Äh, so'n... Tragbares. Oh, okay. Hier, bei wiefern zeigt ihr bitte alle weg? Achso, ich bin jetzt rechts gegangen, ne? Aber der Kompass zeigt bei mir nach links. Bei mir zeigt er nach rechts bei euch bald. Also, ich weiß nicht, wenn der Kompass das ist, was ja neben euch ist. Das kleine Ding, ja. Zeig das für mich nach links. Ja, dann hat's wahrscheinlich bei dir die Position gespeichert. Irgendwie. Und Simon und ich sind ja gestorben. Also sind wir rechts gegangen. Jo. Also, du scheinst nicht allzu weit weg zu sein. Wenn ich springe, dann... ...seht man das. Dass sich der Kompass verändert. Also, ich se... Bei euch... Eure Markierungen ändern sich gar nicht bei mir. Okay. Ich lauf jetzt einfach mal ein bisschen. Jo. Bist du... Äh, ja, du bist immer noch da. Okay. Ich bin auch hier, ja, keine Sorge. Mich hat's zurück teleportiert. Hast du überall reingeschaut? Nein, noch nicht. Hast du nicht. Dann wollte ich eigentlich auf euch warten, aber okay. Ah, gut. Hi. 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 Oh. Da haben wir Pennen drin. So. Ja. Looting. Looting. Ich penne auch was, weil ich jetzt erst... Lass... Nein! Ich muss mich erst mal aufheilen. Looting. Die wart ja schon überall, ne? Mein Zelt. Ah, ja, stimmt. Wir könnten eigentlich hier mal, ne? Und so. Oh, das ist aber eine schöne Lampe. Oh, das ist aber ein schönes Lagerfeuer. Und diese Kisten erst. Oh, das ist alles so schön. So bin... So bin ich früher rumgegangen. Hab einfach alles mitgenommen. So gingen, glaube ich, so ziemlich alle im ersten Run durch. Nur wir nicht. Weil wir... Bannausen sind. Ja, ja, die Bannausen hier. Wollt bloßes Loot. Das kann ich nicht mehr. Wie stürmt ihr vor? Was? Autsch. Irgendein komisches Cyber-Vieh. Ein gewesenes komisches Cyber-Vieh. Uff. Nein, da. Da ist leer, da ist leer. Okay. Wie noch was, Markus? Ich weiß nicht. Unten vielleicht. Kann hier nix sehen, weil ich... Ah, Viecher. Äh, ich komme mal zu. Autsch rüber. Autsch, der schaut böse aus. So, jetzt da. Weil mein Speer macht 65 Schaden. Oh, kann mal einer leuchten? Das ist echt... Seller-Teil. Oh. Okay. Oh, es leckt, glaube ich. Glaubst du? Nicht sehr. Ja, du bist der Host. Ja, gut. Ich würde es nie lecken. Nein, da wollte ich hin. Oh, Sau. Beste Taktik ist einfach, alles abzubauen. Nicht groß rumsuchen. Ja, gut. Schmeißt dir halt ziemlich viel Krampf, Mentor. Ja, bloß Kisten eigentlich. Oh. Du lebst ihn doch. Ich hatte schon kein Leben mehr. Gestorben? Ja, ich bin gestorben. Oh, mein Leben ist ziemlich kurz. Gut. Die mal aufhalten. Deins ist auch schon wieder niedrig, ne? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. So, jetzt geht's wieder. Ich kann nach links laufen. Grrr. Mein Kram. Ja, weißt du, dass du aufsammelst. Oh, ich hasse sowas. Ich muss das Spiel wahrscheinlich im Singleplay erst mal weiter spielen, bis ich es ein bisschen raffe. Oh, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass man ihn wirklich aufladen muss, dass man ihn wirklich aufladen muss, ein Stück weit, bevor er zuschlägt. Boah. Riesenfische gibt's jetzt auch mittlerweile. Wartet auf mich. Auf mich vielleicht auch? Wieso wartet? Z, ich bin gerade gestorben. Ja, Markus. Ich kann ja noch nicht warten. Ich bin gerade hier am Eingang wieder. Achso, ja, ich bin schon an dir vorbei dann. Ich guck jetzt hier schön in Ruhe. Ja, ja, ja. Kameradenschwein, du. Kameradenschwein. Na, wenn ich irgendwas aufsammeln will, kriegst du's du. Ist doch recht so, oder nicht? Na. Na, doch. Na, guten Tag. Oh, guten Tag. Da hinten ist nichts mehr wirklich außer Riesenfische. Die kannst du dir angucken. Die sind echt riesig. In dem Wasser da. Will ich jetzt an euch vorbeischauen? Da, guck mal. Da möchte ich eine Karte. Stimmt. Abschießen. Guck mal mal die Zeile an. Hui. Moment, Rifle. Kannst du mal reinrichten, bitte? Ja, Moment. Du musst gerade aufladen. Moment, jetzt ist es wieder aufgeladen. Oh, jetzt ist es weg. Der Große da. Bam. Hat tot. Ich hab mein Einhänder doch behalten sollen. Ich bin verworren. Großes Tod.